...gefragt, wo ich den Spiegelheim bin. Ah ja. Oh, 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 oh. Scheiße. Ah, underlying is... Jo, okay, dann kann ich den da mit auf uns Keks gehen. Interessiert ja keinen. Ähm... Hier, meinetwegen versuche ich den Net Worth. Ähm... Wo machen wir denn? Ah, jetzt haben wir... Jetzt weiß ich ja gar nicht, wer mich eingeladen hat. Moment. Also, warte ich mal. Verglichen. Also. War doch er, oder? Ja. Er ist doch mitten im Spiel, was soll denn das? Ähm... Warte mal, hier für ein Dance. Funk of the Dead. Interessant. Ohne Musik, aber interessant. So, jetzt sprengen wir erstmal die Skel. Was... Oh, ne, da sind 500er im Gegnerischen Team. Pfff. Oh shit, das wird arschig. Oh... Oh... Was hat alle bereit? Oh... 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 Ich nehm mal an, Mali macht dann hier den... Was war das denn hier? Sich da mal rein, finde ich das nicht mehr Schaden. Wir haben hier den Zucker füύ jeu sssss. Ok.. Soul RIP das war ja der Spass! Ok, ähm… Je näher sie andeigen sind, desto mehr Schaden nehmen sie und desto langsamer werden sie. Wenn ein Werden stirbt, wird andeigen in der Position an. Ja, haben sie mal an Lebenspunkte geheilt. Schön. Heilung bei Todcreep 2%. Ach du Heilung. Bei Helden 10% tatsächlich. Wenn Mädchen bei denen raus ist, was wäre, wäre das recht praktisch für uns. Once again, Digital Sports. Ich bin jetzt schon wieder. Ich habe noch keine Sprüche. Kommt dran. Beginn der Mörderfest. Ich bin stärker. Das ist strange. Okay, lauft der Leiche hinterher. Ach, dang it. Boyd, übernimm mal. Yo. Boyd, du bist der Hammer. Du hast alle vorbein gelassen und das ohne Absicht. Oh, das ist wirklich gut. Okay. Oh, das ist ja okay. Schau mal, was ist denn jetzt mit Crystal Manion los? Kostet würzigerweise nur 60 Euro. Ich hab ne ganze Menge Mana, das ist grundsätzlich so. The dead in your arm. Whitestone, ähm, das hab ich mir schon gedacht. Yes. Passing. Was, without end. My will. Danke, Whit. Nett von da. So, jetzt wird die hinkende Wasserleiche ein wenig schneller. Der Tombstone ist natürlich jetzt noch nicht so optimal. Kostet auch eigentlich ne ganze Menge. Okay, ich kümmere mich jetzt mal um. Ah, dang it. Ich würde das eigentlich sagen denies, aber das war irgendwie fail. Ups. Tombstone. Okay. Tome. Gek миллиона. Gekst. Ich binленd. Seben. Und so, ich bin. Ich bin. Ich bin. Das ist natürlich jetzt eine teure Angelegenheit. So ein bisschen Tombstorm. Shit. Okay, das war kein Genal. Scepter verbessert worden. Was sagt denn das Scepter dazu? Oh, es ist ein... Hälfte Hauptstärke. Okay. Ich stehe jetzt hier ein bisschen lang. Also grundsätzlich... Okay, weil die nicht zu sehr farmen lassen. Scheiße. Okay, nicht gut. Oh, Maiden ist da. Oh, Maiden ist jetzt hier. Okay. Das ist so dramatisch, weil ich jetzt so lange aus dem Damage angehe. Dafür haben die... Kein grosses Talent. Kein grosses Talent. Scheiße. Freud, mach was. Konkurriert nicht einfach. Blumaster, okay. Das Problem ist, wenn die Stärke verloren geht. Was ist das? Oh, ähm... Das war blöd. Das muss man so sagen. Ja, das war total blöd. Hey, jetzt gehen sie zurück und... Ich mach einen kleinen Umweg und geh. Wow, was ist das denn für ein Kurier. Das ist ja ein... Blame. Das ist ja geil. Alter, rein. Wo hat die denn hin? Der ist ja geil. Ein kleiner Void. Nein, scheiße. Ist ja süß. Was ein Void, ey. Ein Void-Dino. Was ist denn die Idee? Gut, der Level 5 habe ich kein Problem mit. Void-Full mit 5. Damit habe ich ein Problem. So, jetzt wird als erstes Mal ein Haufen Sterbe gestürzt. Oh. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Tiger. Scheiße. Das war natürlich jetzt echt genial. Das war natürlich jetzt echt genial. Maiden nervt. Die mit ihrem Festhalten. Das macht so viel Schaden. My Stomach rumbelt. My Stomach rumbelt. Hoid, lass dich doch nicht jedes Mal wieder. Ich hab... Ich hab's nicht von heute gesehen. Alles bis mit aufdenken. Das ist ja unglaublich. Ich hab's nicht von heute gesehen. Oh, schüt. Nein! Es ist vorbei. Einfach nur bescheuert gespielt, du Kerl. Ich nehme doch mal an, dass ich mir einfach nicht gebracht wäre momentan. Ja. Fuuuck. Das hat nicht funktioniert. Ich habe mich so... Das ist ein ziemliches Ärgernis. Heute ist noch Level 5. Level 6 ist endlich. Die 5 sind tot. Sean? Oh, shit. 2, 1. Bitch, please. 2, 1. Oh, Gott. Die hat tatsächlich Räume genommen, um mich aufzuhalten. Interessante Taktik. Es funktioniert auch bedingt. Aber, naja. Das ist doch nicht, dass ich Maiden verfehlt habe. Oh, Maiden hat überlebt. Oh, cool, ja. 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 Wow, 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 wow. Das ist die erste Zeit. Das ist echt daneben. Ah, komm. Oh, Gott. Die Einde ist verfolgt. Aaaaaaahhhhhh Aaaaaaahhhh Aaaaaaahhhh Dangit, du Bis zum Netsmart hier Mein Gott, nee. Wow, tatsächlich. Loser fehlt. Ich gar nicht. Das ist schon nicht cool, dass es gerade passiert. Ich habe nur mein aufgefürchtes Mana. Ah, das war schon mal. Ah, das war schon mal. Scheiße. Oh. Time Walk. Schade für ihn. Das ist Brumar, so. Okay. 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 Oh, komm. Fick dich doch. Geile Sache, ey. Unglaublich. Kein Schwein da. Abschlibe. Oh. 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 So. Oh. Oh. Wir sind in der Nähe von Z.A.R.A. Du einfach nichts. Wenn ich die Blade Mane habe, dann greife ich mich wenigstens nicht mehr so an. Hoffentlich. Okay, this time we offer a new piece of strategy. Okay. The dead endure. The last, death marches. So. Find the fight. Ja, da war ich halt noch kurz den Stein. Meine scheiß Blade Mane ist gelangt. Ja, hab nicht genug Mana gehabt. Oh. 15 Lebensfiguren. Okay, dann brauche ich keine Ammo-Bahn hier. Ähm. Dann versuch ich's mal als Tank. Ein bisschen Mana schauen könnte. Ja, das geht schon. Die Art Schrift gibt's zwei Rüstungen. Okay, das ist nicht schlecht. Okay. Das war jetzt, ähm, enttäuschend. Ja, doch. Das war enttäuschend. Ich dachte, da hat er nicht so wenig in Mana. Aber... Gerade keiner. Wirklich, ihr sehen, wie ich das herrn soll. I'm dead again. Your bottom tower is under a tear. If you have any last words for your bottom tower, well, it's already too late. I'm dead. My stomach rumbles. Where are you going, Medusa? Hmm... Hangul is in the middle. Medusa, okay. Ist ja gut, ich bin auch schon am Weg. Ah, shit, das hilft dir jetzt ganz viel. Der ist das jetzt auch ernst. Verdammt. Hm? Hm? Was zur Hölle war das? Die erste Rinse winken, dann sind auf einmal alle tot. Was denn? Ach was du, vollidios. Gar nicht mehr, oder? Wie kann das sein, dass die mal kein Mana hat? Das ist Katapult, ne? Mein Stomach rumbelt. Okay. Hm. Oh shit. Hm. Diese Uberschüsse. Ich glaub's nicht. Man, wir brauchen nur ein bisschen extra leveln, dann ist das so OP. Okay. Verdammt. Level einiges hier. Okay. Das war gleich. Hm. Das war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wir haben 800 für bekommen. Nein. Nein. Das ist jetzt endlich mehr an mit deinem Requiem-Buffet. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube so wenigstens. Ähm. Nein, nein. Das ist echt. Ich glaube nicht. Painful Spirit. Gut. Das ist jetzt eine Ego. Nein. Ist das original? Gut. Ach. Ich hab' 25 Regeln. Die Zeit ist Geld. Lies! Ich bin der Zeit! Ich bin der Zeit! Ich bin der Zeit! Du warst die Analyse, nicht? Oh mein Gott, ihr seid nicht so dumm. Ich geh hin und hau dein Requiem raus. Nein! Wie kann man nur da hingehen und nicht sein Requiem machen? Als Ein- als Einleitung ist das doch geil! I will... Ich bin der Zeit. Das ist mir. Oh, ein bisschen. Ja, das ist gut. Ich bin der Zeit. Los geht's mir in den Augen! Wird guttunnen, Wettbewerden. Wird guttunnen. Wird guttunnen. Was all love dies? Oh mein Gott. Die Leads sind gebrochen. 100 Sekunden cooldown. 2. Zwei Paige. 2. Zwei modeler sind gebrochen. Zwei 주변 Sie haben. Zwei kurze Zźwalschi. Zwei kurze Zogi. Zwei kurze Z Recht. Zwei kurze Zweici. Ich bin jetzt schon in der O.T. Form. Okay... Ich bin jetzt schon in der O.T. Form. Fuck Ist das jetzt euer Ernst? Schlimmer Kay Junge No mercy The dirt goes on My stomach rumbles Ich weiß schon, wenn er gleich wieder tot ist My will Ich weiß schon, wenn er nicht mehr ist, ist es einfach ich hab so eine großartige Hilfe das ist echt weißt du und dann beschäftigen die sich nur mit Medusa die ganze Zeit ein 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 Die Strecke sind gegründet worden. Gott, solve it. Der Hammer ist einfach wir sind einfach nur gleich weit Schild Klappt doch Gut soll sie den Shadowblade haben Das ist im Winter natürlich wieder Okay Okay Goldstream Sam Sam Nope Ich habe immer noch Mana, das erinnert mich ein bisschen 24 Mana habe ich Okay Ach ne, das war nicht die Ulti Das war nicht die Ulti, das ist einfach mal bestärm Ja Alter, da habe ich ihn aber in eine Menge stärker getrocknet Ich habe ja schon recht Ich habe ja schon recht Das sind Bildungstempo Schaden für Ja 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 Oh, da ist Maiden. Okay, Maiden ist tot. Da ist... Okay. Verdammt, ich will nicht keinen Tum. Er erledigt sich das von ganz von allein. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Hmm... Oh, ich will nicht mehr so machen. Die Frage ist ja einfach nur, warum waren alle tot? Das ist doch die einzige Frage, die sich im Moment stellt. Warum waren alle tot? Ach du Scheiße, im Ernst jetzt? Das ist doch ernst. Die Frage ist ja einfach nur, warum? 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 Holy shit! You wanted out of it, didn't you? Your middle tower is... oh dear. It's just been... Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. The killing spree! The killing spree! The killing spree! Wow! Das... Ist echt... Scheiße, ich hab keine Meldungen mehr. Juhuuu! Wunderbar! Wow... Das ist... geil! Thank you! Thank you!